Wir verbringen bis zu 90 Prozent unserer Zeit in geschlossenen Räumen. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass es viele Schadstoffe in der Raumluft von Wohnungen, Schulen, Krankenhäusern und Büros gibt. Diese Schadstoffe sind vor allem in Form von flüchtigen organischen Verbindungen oder VOCs vorhanden. Im Alltag können zum Beispiel folgende Schadstoffquellen Emissionen verursachen. Holz, Teppich, Stoffe für Möbel oder Dekoration, Hausarbeiten wie Kochen, Putzen, Bügeln, Heizung. Die Kombination dieser Quellen kann zu einer sehr hohen Konzentration an Formaldehyd führen, die höher ist als das, was unser Organismus kompensieren kann. Typische Symptome können sein brennende und tränende Augen, Brennen in der Nase und der Kehle, Husten oder auch Atemnot. Einige Richtlinien besagen, dass die maximale Konzentration unter 15 Mikrogramm pro Kubikmeter sein sollte. Selbst mit einer Lüftungsanlage gemäß Vorgaben kann die Konzentration im Raum noch über 30 Mikrogramm pro Kubikmeter sein. Deshalb hat RIGIPS eine Technologie entwickelt, die Formaldehyd permanent aus der Raumluft entfernt. Active Air besitzt die Fähigkeit, Formaldehyd kontinuierlich aus der Raumluft aufzunehmen, in unschädliche, inaktive Verbindungen umzuwandeln und diese dauerhaft zu binden. Damit wird ein nachhaltiger Formaldehydabbau ohne Gefahr der Reemission gewährleistet. Mit einer ausreichenden Active Air Oberfläche und einer gut funktionierenden Lüftung wird Formaldehyd in der Innenraumluft auf eine sichere, sehr geringe Menge reduziert. Die Wirksamkeit der Active Air wurde durch unabhängige Tests anerkannter Institute nachgewiesen. Langzeittests wurden gemäß Isonorm in einer kleinen Kammer unter Laborbedingungen und auch in der Praxis durchgeführt. Unter realistischen Bedingungen hat der Test gezeigt, dass Active Air die Formaldehyd-Konzentration um 70% langfristig gesenkt hat. Diese Ergebnisse beweisen, dass Sie mit Active Air ganz leicht für ein gesünderes Raumklima sorgen können. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.